Die strukturelle Krise der Kapitalverwertung soll auf Kosten unserer Lebensverhältnisse gelöst werden. Das lassen wir nicht mit uns machen. Dagegen fordern wir einen massiven Ausbau der staatlichen Investitionen und soziale Daseinsvorsorge. Wir fordern bessere Arbeitsbedingungen in den bezahlten Care-Sektoren. Doch dabei werden wir nicht stehen bleiben, denn Care-Revolution ist auch das Ringen um grundsätzliche andere Reproduktionsverhältnisse, in denen eine Kollektivität möglich wird, die den staatlichen Rahmen von Verwaltung, Individualisierung und sozialer Spaltung sprengt. Wir rufen dazu auf den Kapitalismus. Vielen Dank! Herzlichen Dank! Herzlichen Dank!